Die kleine Siegesserie der Handballer des Grünheider SV in der K.O.-Phase der Abstiegsrunde in der Oberliga Ostsee Spree ist nach drei Siegen in Folge gerissen. Trotz der Unterstützung vieler mitgereister Fans verloren die Grünheider am Samstag ihr Rückspiel beim Bad Doberaner SV mit neun Toren Rückstand. Damit haben die Doberaner das Duell gewonnen. Die Grünheider müssen nach jetzigem Stand wohl weiter um den Verbleib in der vierten Liga zittern. Nächster Gegner im Abstiegskampf ist die SGOSF Berlin am 11. und am 18. Juni.